Selbstuntersuchung des Ellbogengelenks Beim Ellbogengelenk können Sie genau sehen, wo der Gelenkspalt zwischen diesen beiden Knochen liegt. Um das Ellbogengelenk zu fühlen, bringen Sie Ihren Darmen und Ihre Finger zum Gelenk und beugen oder strecken Sie den Ellbogen. Nun können Sie mit dem Darmen und den Fingern um das knorrige Stück des Ellbogens herumtasten. Ja, ich kann das knorrige Stück fühlen. Und wenn Sie den Ellbogen leicht bewegen, spüren Sie, dass Sie genau im Gelenkspalt sind. Ja, ich kann fühlen, wie es sich bewegt. Großartig! Großartig! B اورos!